Aus der Abteilung, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, gibt es mal wieder einen Dienstagskracher vom Olli. Und zwar in einem Linienflugzeug sitzt ein Papagei auf der Kopflähne von einem Sitz und einen betranen Mann. Und der Mann versucht bei der Stewardess einen Orangensaft zu bestellen. Und er ruft der Papagei, ey, Saftschubse, bringen wir mal einen Orangensaft. Die Stewardess kommt, serviert ihm der Orangensaft über sie, den Mann. Viertelstunden später wieder genau das Gleiche. Der Mann versucht, den Orangensaft zu bestellen. Der Papagei sagt, ey, Saftschubse, bringen wir mal einen Orangensaft. Und er kriegt einen Orangensaft. Und irgendwann denkt der Mann, das, was der kann, kann er auch. Und er ruft, ey, Saftschubse, bringen wir mal einen Orangensaft. Zwei Minuten später macht die Stewardess Notluke auf, schmeißt den Mann und den Papagei raus. Und so im freien Fall sagt der Papagei zu dem Flugpassagier, ey, für das, dass du nicht fliegen kannst, hast du eine ganz schön große Lapp. Du hattst den Flash in den Flieger und hast du ein ganz schön große Lapp. Er springt mir gleich in den Helm weg.